Hallo, hallo alle. Jetzt haben wir 12 Uhr Moskauer Zeit. Wir können unser heutiges Webinar beginnen. Bitte schreiben Sie ein Pluszeichen im Chat als Bestätigung dessen, dass Sie mich sehen und hören. Ich von meiner Seite bin vollkommen startbereit. Vielen Dank, Dr. Lydia. Unser heutiges Webinar wird sehr informativ sein. Wir wollen heute Webinare vereinigen zu den Trainings und Kursen, die wir im Average Ökosystem haben. Denn wir haben den Eindruck, dass unsere Kollegen, unsere Partner gar nicht genau wissen, welche Produkte und Trainings es gibt, die sie in Anspruch nehmen können, auf welcher Ebene und wie sie sich beteiligen können an dem einen oder dem anderen Training. Deshalb möchte ich und nicht nur ich, sondern ein weiterer Redner, Tatjana Turkova, möchten mit Ihnen über einige Sachen sprechen. Frau Turkova wird die Akademie für Privatinvestoren vertreten und sie wird erzählen über die neuesten Sachen, über die neuesten Produkte und Kurse der Akademie. Darüber hinaus wird sie berichten über die Promotions und Preisnachlässer, die heute aktuell sind. Bevor ich beginne, möchte ich mich gerne vorstellen. Mein Name ist Annett Martinson. Ich bin Vertreterin des Ambassadorrates von Average. Ich habe den Status Vizepräsidentin des Average Partnerprogramms erreicht, des Marketingprogramms Average. Darüber hinaus bin ich Leiterin der Abteilung Aus- und Weiterbildung bei Average, zertifizierte Trainerin von Meisterprofi und Mentorin internationaler Rednerin, Mitglied der Vereinigung Generelle der Welt für den Frieden und ich nenne mich immer Studenten für immer, fürs ganze Leben. Das Thema unseres heutigen Webinars entspricht sehr gut dieser Situation, wo Sie sich entscheiden, im eigenen Sinne lebenslänglich zu lernen. Wissen Sie, ich habe diese Entscheidung getroffen, als ich verstand, wenn ich mich nicht weiter bilde, wenn ich meine Kenntnisse nicht ausbaue, wenn mich meine Fertigkeit nicht vervollkomme, werde ich nicht wachsen. Also ich bleibe auf derselben Ebene. Na gut, ich habe schon bestimmte Ziele erreicht. Ich habe schon etwas bekommen, aber es ging nicht vorwärts. Ich hatte denn nicht das, was man brauchte, um mich fortzubewegen. Ich würde gerne Ihre Aufmerksamkeit, Ihren Fokus konzentrieren auf die Wichtigkeit der Selbstentwicklung. Unser heutiges Programm wird nämlich in drei Komponenten aufgeteilt. Der erste Teil, wofür ist es wichtig, dass wir uns weiter qualifizieren? Dann erzähle ich Ihnen darüber, welche Programme und Trainings wir bei Average haben und dann werden Sie von den Trainings und Programmen erfahren, die von der Akademie für Privatinvestoren angeboten werden. So sieht das Programm aus. Ich hoffe, wir können beginnen, aber zuallererst möchte ich die Frage stellen, wie lange sind Sie, wie lange waren Sie schon in unserem Business? Sind Sie erst vor kurzem hier oder sind Sie im Business zwischen einem Jahr und drei Jahren? Lassen Sie mich bitte im Chat wissen, wie das bei Ihnen darum bestellt ist. Also ich sehe, dass einige Kollegen schon bestimmte Zeit hier verbracht haben. Manche ist neu. Entschuldigung, wir haben im italienischen Ruhm Probleme mit dem Ton. Ich würde die Veranstalter bitten, dass sie sich einbringen. Ich würde die Veranstalter bitten, dass sie sich einbringen. Ja. Kollege, lieber wir arbeiten und gezogen, dass sie sich einbringen. Ist alles okay wieder mit dem Ton? Können wir gerne fortfahren? Ja, danke. Na wunderbar, klasse. Das kommt schon vor. Warum erscheint mir die Bildung als eine sehr wichtige Sache? Ich möchte Sie fragen oder am liebsten fragen Sie sich selbst, wie sieht Ihr Ziel für dieses Jahr aus? Haben Sie Ziele? Wenn Sie erst vor kurzem im Business sind, müssen Sie das haben. Wenn Sie im Business seit einiger Zeit sind, haben Sie bestimmte Ziele und Aufgaben, die Sie bestimmt in diesem Jahr noch erreichen, umsetzen. Von meinem Standpunkt aus verstehe ich, dass es Ziele gibt, die mit Ihnen unmittelbar verbunden sind. Und familiäre Ziele, geschäftliche. Damit wir aber diese Ziele erreichen können, die wir uns vornehmen, brauchen wir auch etwas. Dass Fertigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen, schließlich Informationen, die uns dabei helfen, zu wachsen in verschiedenen Richtungen. Dass man wächst als Leader, dass man als Persönlichkeit wächst, dass man als Business aufsteigt, als Unternehmer. Aber so, dass man die Kenntnisse aufbaut. Es gibt immer den Bedarf an Vervollkommnung. Und das reicht nicht aus, wenn Sie nur ein gutes Geschäftsmodell haben. Es reicht nicht, dass Sie ein Buch lesen oder dass Sie in Ihrer Umgebung nur einen erfolgreichen Menschen haben. Es gibt immer den Bedarf, unser Hirn mit neuen Erkenntnissen zu speisen. Wissen Sie, die Welt entwickelt sich momentan viel schneller, als wir irgendwann hätten damit rechnen können. Es kommen neue Technologien. Es entwickelt sich immer etwas, was wir erfahren müssen. Entweder Computer oder neues Telefon, mit welchem wir uns auseinandersetzen sollen, irgendwelche digitale Angelegenheiten. Also alles evolutioniert, alles entwickelt sich. Wenn wir aber uns selber nicht entwickeln, wenn wir nicht erneute Informationen schupfen, Kenntnisse und so weiter, ist ein schwieriges Thema, zu Ihren Zielen zu kommen oder Ihren Traum zu verwirklichen. Wenn Sie sich ein Ziel gesteckt haben, müssen Sie sich fragen, wie weit Sie von dem Erreichen des Zieles sind. Fragen Sie sich, was fehlt Ihnen in Ihrem Leben? Fragen Sie sich, was ermöglicht es nicht, dass Sie schneller nach vorne gehen? Ich glaube, das bezieht sich auf die Kenntnisse, auf die Erfahrungen, auf die Informationen, die uns vorliegen. Die Selbstbildung, die selbstständige Bildung, das selbstständige Studium im erwarteten Sinne ist die Verpflichtung, die Sie auf sich nehmen. Nur dank der Bildung können Sie Ihre Kenntnisse, Ihre Fertigkeiten entwickeln, ohne dass jemand Ihnen sagt, ach, das musst du unter die Lupe nehmen. Als wir zur Schule gingen, dann ist das natürlich, da musst du, da musst du das abzulernen, auch wenn es uns nicht gefiel. Aber als wir angefangen haben im MLCI-Business, im Average-Business, wir müssen verstehen, dass die Kenntnisse und Fertigkeiten nicht in Schulen ausgehändigt werden. Und wenn Sie ein MLCI-Profi werden wollen, also ein Profi in diesem Business, müssen Sie eine Entscheidung treffen hinsichtlich dessen, dass Sie nie aufhören werden zu lernen, dass Sie nie aufhören werden, Fragen zu stellen, nach Lösungen zu suchen. Also die Bildung ist aus meiner Sicht ein potenzieller Schlüssel zu Ihrem Erfolg und nur Sie können sich helfen, Sie können sich sowas aneignen. Sie können nicht ein erfolgreicher Mensch werden mit altem Denken, also Sie können nicht ein Inhaber des großen Geschäfts sein mit Kenntnisstand und mit Denkweise eines Angestellten. Sie müssen für sich entscheiden, dass Sie sich aktiv betätigen wollen, dass Sie Kenntnisse haben wollen, die keiner mit Ihnen geteilt hat. Und ein Buch wird nicht reichen und sowieso nicht ein Training. Sie müssen lebenslänglich lernen. Sie müssen sich entscheiden, dass Sie jeden Tag etwas dazu lernen wollen. Sie gehen schlafen und sagen, aha, heute wird dies und dies und das sein. Sie werden verstehen, wie wichtig das ist. Und erlauben Sie sich nicht, gestatten Sie sich nicht, ins Bett zu gehen, ohne etwas Neues erfahren zu haben. Wenn wir zurückkommen auf eine sehr alte Regel, auf eine sehr alte Weisheit, Cashflow, verdrängt von Robert Kiyosaki, dann sehen wir die beste Abbildung dessen, wo die meisten Menschen in der Welt abgeblieben sind. Sie wissen ja, es gibt vier Gruppen. Menschen, die im Angestelltenverhältnis stehen, die für jemanden arbeiten. Es gibt Unternehmer, die sich selbst beschäftigen. Es gibt Geschäftsleute, die Inhaber von Businesses sind. Und die vierte Kategorie sind Investoren und Unternehmer, die wissen, wie man es organisiert, dass das Geld für sie arbeitet. Und wenn wir Eigentümer von Business werden wollen, Geschäftsleute oder sogar Investoren, können wir uns, dürfen wir uns nicht begnügen mit den Informationen und den Kenntnissen, die Angestellten oder Unternehmern vorliegen. Das reicht bei weitem nicht aus. Wenn Sie sich weltweit umschauen, wenn Sie auf die Menschen schauen, die irgendeine Arbeit machen, werden Sie feststellen, dass viele, nicht alle, aber viele Universitäten abgeschlossen haben. Und das war's. Sie arbeiten in derselben Position, an derselben Stelle unter Benutzung der Kenntnisse, die Sie an der Universität erworben haben. Es gibt aber Jobs, die ständige Aktualisierung von Kenntnissen erfordern. Da muss man ständige Trainingskurse durchlaufen. Die Unternehmer entscheiden sich selbst, ob sie lernen wollen oder nicht. Aber dann, wiederum, vielleicht sind Sie Friseur oder Sie reparieren Autos, Sie sind Kfz-Mechaniker, müssen Sie im Auge behalten, dass neue Technologien entwickelt werden. Und Sie müssen sich anpassen, Sie müssen sich diesen neuen Realitäten unterwerfen. Und sobald Sie Geschäftsmann werden oder Investor, ist es vollkommen notwendig für Sie, dass Sie sich weiter ausbilden. Niemand wird von Ihnen das verlangen. Angenommen, haben Sie einen Job und der Vorgesetzte sagt, Sie müssen dies und dies erledigen. Also jemand sagt das für Sie. Sobald Sie Geschäftsmann, Investor werden, müssen Sie selber verstehen, verstehen, dass Sie dort eigentlich sich gar nicht leisten können, etwas nicht zu machen. Angenommen, Sie haben eine große Gruppe der Leader, der Menschen, die Ihnen folgen. Und Sie sind Leader. Sie müssen einen Schritt im Voraus gehen. Sie müssen sie anführen. Und Sie müssen natürlich einen besseren Kenntnisstand haben im Verhältnis zu den Menschen, die Ihnen folgen. Denn einer wird sagen, ja, warum soll ich dir folgen, wenn ich mehr weiß, wenn meine Kenntnisse, meine Erfahrungen besser sind. Wenn wir über das Business und über unser Business sprechen, können wir behaupten, Sie müssen einen Schritt im Voraus den anderen sein. Und das wird Ihnen keiner sagen. Sie müssen diese Entscheidung für sich selbstständig treffen. Oder schauen Sie auf die Erfahrungen erfolgreichster Menschen in der Welt. Sie lesen ganz viel. Sie lesen Tonnen von Literatur jedes Jahr. Wie viele Kurse haben Sie besucht? Wie viele Lehrbücher haben Sie durchgenommen? Wie viele Kurse? Wie viele Filme zur Selbstbildung haben Sie sich angeschaut? Wie viele? Überlegen Sie sich das einmal. Sobald Sie ein erfahrener Mensch werden, sobald Sie mehr Kenntnisse gewinnen, können Sie die Fähigkeiten, die Möglichkeiten Ihres Teams verwenden. Wenn Sie aber selber nicht so weit sind, wie können Sie das machen? Wir bleiben sehr häufig auf derselben Ebene der Energie stehen. Wir beflügeln nicht die anderen. Wir zeigen nicht unser Beispiel. Selbstbildung ist etwas, was wir im Leben benutzen wollen. Wir sollten uns Gedanken darüber machen. Wissen Sie, wir haben so viele Bücher auf dem Regal stehen. Ich habe das Spiel Genie der Finanzen erworben, um Moderator zu werden. Ich will Investorin sein und ich muss investieren, auch in mich selbst. Fragen Sie die großen Lieder. Sie investieren in sich selbst. Jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr. Sie investieren in die eigene Entwicklung. Und damit wir in unserem Geschäft wachsen können, müssen wir das tun. Das ähnelt einer Situation. Wenn Sie im Geschäftsfeld, in der Geschäftswelt unterwegs sind, bewegen Sie sich auch unter bestimmten Positionen. In dieser Welt war ich Verkäuferin. Ich habe größere Konferenzen veranstaltet. Ich habe viele Kunden abtelefoniert, habe verschiedene Events verkauft. Aber ich hätte nie den Rang des Exekutivdirektors erreichen können. Sowieso nicht in der Firma, wo ich früher arbeitete. Ich wäre nie Vizepräsidentin gewesen. Ich kenne diese Menschen nicht. Ich habe kein Vitamin B. Ich hatte auch keine Erkenntnisse. Ich habe nicht in diesem Fach an der Universität studiert. Und niemand hätte mir diese Möglichkeit gegeben. Ich hätte nie davon Gebrauch gemacht. Denn die Menschen, die diese Positionen innehaben, halten sich ganz fest daran. Und ich hätte Jahre höllische Arbeit aufwenden müssen, damit ich aufsteigen könnte. Das hat jahrelang gedauert, um in der betrieblichen Welt aufzusteigen. Brauchen wir notwendige Ausbildung, Zertifikate, Diploma. Und auch der Ruf ihrer Universität spielt eine Rolle. Aber nicht in unserem Business. Hier fragt keiner nach ihrem Abschluss. Damit sie aber auch hier die Karriereleiter erfolgreich besteigen, müssen sie gute Teams haben. Sie müssen gute Lieder haben. Nicht nur lokal, aber auch global. Um besser fertig zu werden mit diesen Aufgaben, müssen sie Kenntnisse erwerben. Sie müssen verstehen, wie sie ihre Teammitglieder anführen. Um sich zu entwickeln, brauchen sie, müssen sie auf die nächste Ebene aufsteigen. Sie müssen Entscheidungen treffen. Denn wenn sie zum Rang des Konsultanten kommen, das ist der Schlüsselrang, haben sie schon ein gutes Team. Wenn sie Konsultant sind, sind sie brav. Sie haben das ziemlich einfach erreicht. Aber später, um Manager, Leader, Manager, Topmanager, Vizepräsident, um Präsident zu werden, wenn das Erzähl ist, müssen sie sich verändern. Sie müssen sich transformieren. Sie müssen sich umwandeln. Sie müssen sich wirklich total umwandeln. Sie müssen anders handeln, denken, lernen. Sie müssen ganz anders Zeit verwalten. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die sie verändern müssen, sobald sie zu einem vollwertigen Leader in der Gemeinschaft werden. Je besser ihre Kenntnisse und Erfahrungen sind, je besser die Informationen, die ihnen vorliegen sind, desto schneller können sie Karriere. Sie müssen sehr technisch aufsteigen. Denn in unserer Firma verändert sich vieles und ziemlich häufig. Und sie müssen sich ständig aktualisieren. Sie müssen diese Veränderungen abreagieren. Sie müssen sich adaptieren. Sie müssen verstehen, wie diese Veränderungen umgesetzt werden können in dem Business, das wir machen. Wie schnell kann man Handlungen und Entscheidungen verändern, die wir treffen. Wir müssen mit denen sein, die gefeit sind auf jede Situation, die passieren mag. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt eine Firma, die sich zusammensetzt aus 100 oder 1000 Menschen. Es wird ein schwieriges sein, ihr Team großzuziehen ohne Grundkenntnisse des Teams, wenn sie keine Fertigkeiten haben. Nicht nur vom Standpunkt der Leader-Eigenschaften, sondern auch von der Seite der Angebote des Unternehmens, von der Sache, von der Seite der Instrumente, die angeboten werden, von der Seite der Methoden und Technologien. Diese Information soll Ihnen dazu dienen, dass Sie verstehen, wie Sie sich weiterbilden können und wie Sie, in welche Richtung Sie Ihren neuen Partner lenken, neue aktive Leader, die in diesem Business groß werden wollen. Wenn Sie angefangen haben und Sie haben noch nicht genügend Informationen, noch nicht oder Sie haben noch nicht die notwendigen Erfahrungen gesammelt, es ist nicht weiter schlimm. Wir haben alle Instrumente, wir haben alle Werkzeuge, die es möglich machen, dass Sie den richtigen Weg Ihrer Partner gehen. Und das ist ein Beispiel dessen, wie wir uns selber entwickeln können, wie wir unsere Teams entwickeln können, um zu den Ergebnissen schneller zu kommen. Ich möchte Ihnen noch einmal unseren Marketingplan zeigen und die Verdienste, die Sie in Anspruch nehmen können, wenn Sie rangtechnisch sich entwickeln. Diese Informationen sind im Backoffice Average zu finden. Sie können alle Präsentationen finden, Begrüßungspaket, Präsentationen, Geschäftspräsentationen, sehr viele Sachen sind zu finden im Kundenaccount Average für Sie und für Ihre Partner. Aber natürlich müssen Sie sich vertraut machen mit dem Marketingplan, um zu verstehen, welches Ziel Sie für dieses Jahr brauchen, denn es ein finanzielles Ziel ist, müssen Sie verstehen, wie viel Geld Sie benötigen, welche Ebene Sie erreichen wollen, um dieses Geld zu verdienen, was Sie für das Geld kaufen wollen zum Beispiel und so weiter. Also Sie müssen verstehen, wenn Sie einen bestimmten Rank heute erreicht haben oder erreichen wollen und wenn Sie einen oder anderen Rank noch dazu nehmen wollen, müssen Sie verstehen, was Ihnen noch fehlt, um diesen Rank zu erreichen, um zum Ziel zu kommen. Der Rank eines Konsultant ist unsere Basis. Sobald Sie Konsultant werden, eröffnen Sie für sich sämtliche Ebenen bis ins Unendliche hinein. Sie bekommen Provisionen von allen Ebenen. Schauen wir uns die Provisionen aus dem Training Average, was wir in unserem Unternehmen haben. Der erste Schritt ist die Business-Präsentation Average. Das ist das Training, das oder Präsentation, das für all diejenigen bestimmt ist, die erst beginnen. Sie, diejenigen, die das kennengelernt haben möchten, wissen, welche Angebote und Möglichkeiten die Firma hat. Dafür müssen Sie Ihren neuen Partner zur Business-Präsentation, zur Firmenpräsentation Average schicken. Das ist bestimmt für diejenigen, die entweder so eben sich registriert haben oder drauf und dran sind, sich zu registrieren. Die Firmenpräsentation dauert eine Stunde, kann offline und online durchgeführt werden, abhängig von der Situation in jedem einzelnen Land. Und wenn Sie ein Offline-Training durchführen wollen, ist es natürlich herrlich. Ich mag das, weil Sie so besser mit Menschen kommunizieren können. Sie spüren die Energie dieser Menschen. Sie können an ihren Gesichtern ablesen, ob sie einverstanden sind mit ihnen oder nicht. Natürlich sind jetzt viele von uns gezwungen, im Online-Format zu arbeiten. Wir hatten ganz viele Sprachen, in welchen unsere Lieder diese Trainings jede Woche anbieten. Also gehen Sie einfach in den Terminkalender Average. Prüfen Sie die Möglichkeiten Ihrer Sprache. Sprachauswahl steht Ihnen auch zur Verfügung. Und dann werden Sie sehen, an welchem Tag Ihre Veranstaltungen in Ihrer Sprache stattfinden. Oder Sie können Ihre Partner zu den Veranstaltungen schicken. Die Themen der Firmenpräsentation sind folgende Träume. Cashflow-Quadrant. Es wird detailliert erzählt, was das Average-Ökosystem ausmacht. Partnerschaftsmöglichkeiten. Optionen für Einkommenspläne. Average-Trainings-Pakete, die uns zur Verfügung stehen. Darüber sprechen wir auch noch. Der ultimative Memory-Jogger. Das sind die ersten Schritte, die gemacht werden müssen. Ein 90-tägiges Business-Verhandlungs-Verbindungssystem. Nächste Schritte, Fragen und Antworten. Und das alles wird fast täglich angeboten. Das hängt natürlich vom Land ab. Es gibt Länder, die das mittwochs machen. Es gibt Länder, wo das donnerstags stattfindet. Wie gesagt, Sie müssen in den Terminkalender hineinschauen. Und da müssen Sie in Ihrer Sprache sehen, an welchem Tag die Firmenpräsentationen fällig sind. Das nächste Projekt, Millionen Dollar schwerer Partner statt im MLCI-Geschäft. Dieses Training ist für diejenigen, die sich schon registriert haben, die schon ein Ausbildungspaket erworben haben und die schon Kunden haben. Obwohl auch nicht unbedingt. Aber diese Menschen versuchen sich in diesem Business zu testen. Ich würde sagen, das Training Partner für eine Million ist gedacht für Menschen, die sich vor langer, langer Zeit registriert haben. Aber jetzt hat ihre Stunde geschlagen. Sie wollen, sie haben sich registriert und sie wollen ihre Kräfte versuchen in den ersten 90 Tagen im Geschäft. Das ist etwas für diese Menschen. Und wichtig dabei ist, wann sie sich registriert haben. Wenn sie jetzt ihre aktive Tätigkeit beginnen, ist es etwas für sie. Der komplette Preis dieses Trainings, der reguläre Preis beträgt 250 Dollar. Der Preis mit Nachlass beträgt 99 Dollar. Also machen sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, solange die sich bietet. Das richtet sich an alle Partner bis zum Rang des Konsultanten an. Die Themen und Inhalte dieser Trainings können einfach klingen, aber sie sind sehr wichtig für den Start des Businesses. Das ist eine Art Fundament, auf dem sie ihre Kenntnisse und Erfahrungen aufbauen werden, was sie zur Karriere führt. Das Format beinhaltet individuelles Training. Warum, sage ich, die Dauer von 136 Minuten? Dieses Training ist schon aufgezeichnet. Sobald sie das Training erwerben, haben sie den Inhalt Videos, Arbeitsheft und Hausaufgaben, die sie innerhalb des Trainings bekommen, regelmäßig bekommen werden. Sie können das Ganze herunterladen, sie können diese Arbeitshefte ausdrucken, sie können das manuell ausfüllen oder sie können mit Hilfe des Computers damit arbeiten. Meine Empfehlung wäre, dass sie das herunterladen und per Hand ausfüllen. Denn sobald man das macht, hat man mehr in Erinnerung. Was sind die wichtigsten Themen hier? Zielsetzung, Kernrang und MLCI-Teamarbeit. Aktionen, Businesswachstum 5x5, nie endende Kontaktliste, Kurzanleitung zu sozialen Medien, Zeitmanagement. Das ist auch eine sehr wichtige Sache, wenn Sie sich im Geschäft betätigen wollen. Vielleicht haben Sie daneben noch einen regulären Job. Vielleicht haben Sie Kinder, die zu Hause sitzen. Sie müssen Ihre Zeit steuern können. Also das Zeitmanagement ist eine unerlässliche Voraussetzung für Sie und für Ihre Partner. Ein System von Meetings und Angeboten, Einladung zum Kennenlernen, Kennenlernen, Dreiwegetreffen, Follow-ups. Und dann gibt es noch ein Thema Behandlung von Einwänden. Also ein sehr einfaches System, wie man Einwände von potenziellen Kunden behandelt. Und dann gibt es noch eine kurze Zusammenfassung, also eine Auswertung des gesamten Trainings. Wir haben Videos von ein paar Minuten, Dauer bis zu 20 Minuten. Sobald Sie sich dieses Training werben, bekommen Sie Zugang dazu lebenslänglich. Also Sie können dazu jederzeit zurückkommen. Sie können sich das Thema ein weiteres Mal anschauen. Wie gesagt, Sie können Ihrem Arbeitskreis sich zuwenden, um Kenntnisse und Fertigkeiten zu erfrischen. Sobald Sie Informationen erhalten, fangen Sie an, diese zu praktizieren. Erreichen Sie diese an Ihrer Partner weiter oder schicken Sie die zu den Trainings. Es ist ja viel einfacher. Die nächste Ebene ist das Training MLCI Pro. Dieses Training für diejenigen, da die zu 100 Prozent schon im Business sind. Die Anhänger, die sagen, Babang. Das sind Menschen, die sich seit kurzer Zeit in unserem System angeschlossen haben. Aber auch für diejenigen, die schon ein bisschen Erfahrung haben, ein bisschen Kenntnisse. Die wollen keine 90-Tage-Trainings haben. Die wollen jetzt alles daran setzen, um zu erfahren, was notwendig ist, um in unserer Gemeinschaft wieder zu werden, ein großes Team aufzuziehen. Denn diese Menschen können das Trainingpartner für eine Million überspringen. Aber ideellerweise, aus meiner Sicht, wäre es, wenn man beide kombinieren würde. MLCI Pro gibt Ihnen aber sämtliche Informationen, die notwendig sind, um den Rang des Präsidenten zu erreichen. Anders sagt man das nicht. Und der volle Preis ohne Rabatt kostet zweieinhalb Tausend Units. Im Moment haben wir eine Promotion und der Preis beträgt 1.000 Units. Der Preis wird nach oben korrigiert werden. Verpassen Sie nicht diese Möglichkeit. Dieses Training ist für aktive Partner da. Vom Rang des Konsultanten ab und höher. Die Dauer des Trainings, 30 Tage. Also kein einziger Tag und keine zwei Tage, sondern ein voller Monat, wo wir zwei Sessionen in der Woche haben. 15 Uhr Dienstags und Freitags Moskauer Zeit. Wir haben vier Sessionen in der Halb, also Online-Veranstaltung live. Also wir haben jedes Mal eine Live-Übertragung, sodass wir auch miteinander kommunizieren können. Also wir können mit Tränen und Betreuern in Kontakt bleiben. Es läuft über Zoom und GetCourse. GetCourse ist die Plattform, wo Sie Ihre Hausaufgaben erledigen können, wo Sie sich Ihre Prüfungssessionen anschauen können und Tests fertigstellen. Dem Kurs gehören Video-Vorlesungen an die Arbeitshefte, die Aufgaben für jede Session. Wir werden hier nicht einfach zuhören. Wir werden hier lernen und dann die Kenntnisse in die Praxis umsetzen. Sofort. Nach jeder Session gibt es eine Serie von Tests, um sich zu vergewissern, dass Sie alles verstanden haben, dass Sie nichts verpasst haben oder etwas vielleicht falsch aufgenommen haben. Sie haben die Chance, Ihre Kenntnisse nach jeder Session zu testen. Und natürlich wird auch jedes Mal das Zertifikat ausgehändigt für diejenigen, die das Training erfolgreich abschließen. Zu dem Inhalt. Wie gesagt, dieser Session bzw. dieser Inhalt ist in acht Sessionen aufgeteilt. Und der Content, der Inhalt betrifft solche Themen wie Entwicklung im Geschäft, MLCI. Wie stellt man sich auf Erfolg ein? Wir werden eine Session haben für Blockchain, UGP und Fintech im Allgemeinen. Wir werden die Themen behandeln, die ersten Schritte zur finanziellen Freiheit. Wir werden da Inhalte behandeln aus der Akademie für Privatinvestoren. Das hatten wir lange nicht mehr. Dann werden wir ein Thema haben, Geschäftssystem, MLCI. Dann werden wir Gruppensessionen haben, wo wir uns aufteilen können. Und da können Sie Erfahrungen und Kenntnisse untereinander auswerten. Dieses Format eignet sich natürlich am besten für die Menschen, die sich dem Business bereits angeschlossen haben. Wenn Sie den Rang des Konsultanten und Höhe haben, Sie können schon Erfahrungen und Kenntnisse mit anderen teilen. Dann sprechen wir über die Grundlagen einer erfolgreichen und reichen Persönlichkeit. Wir sprechen über Prokrastination. Wir sprechen über Transformation, über die Verkaufsfertigkeit und so weiter. Also wir werden ganz, ganz viele Themen behandeln, eine große Menge an Informationen. Und dabei wird das eine für Sie sehr wichtige Information sein. Wie ich bereits sagte, wenn Sie an die Spitze hochklettern wollen, wenn Sie Präsident unserer Gemeinschaft werden wollen, darüber hinaus gibt es noch einen Bonus derjenige, der sich dieses Training kauft. Da hat man das Training Partner für eine Million. Und ich habe schon gesagt, das Training ist für diejenigen, die den Rang des Konsultanten haben. Oder es sind Menschen, die in diesem Business schon länger unterwegs sind. Aber jetzt haben Sie sich eine passende Firma ausgesucht, wo Sie lange, lange Zeit bleiben wollen. Und Partner für Millionen werden wir solchen schenken, damit Sie nicht die Information verpassen, die Sie im Rahmen dieses Trainings erhalten. Denn ein Teil des Contents wird sich wiederholen in zwei Trainings. Einmal im Training Partner für eine Million Dollar. Und dieser Inhalt wird sich überschneiden mit dem MLCI-Content. Aber eher so oberflächlich und ohne Details. Die Partner werden über ihre Tiefen und Höhen sprechen und Schwierigkeiten im Verlauf der ersten 90 Tage. Und das wird hochinteressant sein, wenn man sich die restlichen Partner anhört. Das ist aber noch nicht alles. Als Bonus haben wir noch das Training Partner für eine Million und eine Vielzahl von verschiedenen Preisen während des Trainings. Ich wiederhole, viele Preise im Verlauf des gesamten Trainings. Das werden Markenprodukte sein, Notebooks, Computertaschen, Wasserflaschen und so weiter. Firmenprodukte, vielleicht UNTB, vielleicht Rabatte auf verschiedene Produkte, Global Unit Pay, Bankkarten und so weiter. Wertvolle und nützliche Produkte, zum Beispiel Spa, Gutscheine, Computer, Telefon, Geschenkkarten und so weiter und so fort. Und natürlich ein Bonus von Andrei Kavratow. Diese Preise kann man gewinnen. Die Gewinne sind unsere Kursteilnehmer während des Kurses. Es wird zum Beispiel eine bestimmte Tätigkeit geben, die Studenten, die Tätigkeit, der Studenten nachgehen müssen, um an der Verlosung teilnehmen zu dürfen. Die aktivsten in sozialen Netzwerken oder diejenigen, die sich am aktivsten verhalten haben bei den Trainings. Die Menschen, die am frühesten, am ehesten gekommen sind, Abgabe der Hausaufgaben ohne Verzögerungen. Es wird Preis geben für diejenigen, die beste Punkte oder die meisten Punkte abschneiden für die Arbeit in Präsenz und für die Hausaufgaben. Es wird Preise geben, zum Beispiel für diejenigen, die den größten Umsatz generiert haben. Wir arbeiten jetzt an diesen Preisen. Wir wollen, wie gesagt, eine große Zahl von Teilnehmern mobilisieren. Sie können Utility-Token gewinnen, Preise, Computer, Telephones und so weiter. Das ist doch eine tolle Idee. Wenn Sie so denken, müssen Sie unbedingt an sowas teilnehmen. Sie haben acht Sessionen plus eine Bonussession von André Cavrataf. Und hinzu bekommen Sie noch unterschiedliche Geschenke. Und niemand sagt, dass Sie nicht berechtigt sind, zwei oder drei Geschenke auf einmal zu gewinnen. Sie müssen einfach danach streben, ständig der Erste und der Beste zu sein. Es ist wichtig, dass Sie Ihre E-Mail uns hinterlassen. Sie müssen die E-Mail ständig aktualisiert haben in Ihrem Kundenkonto Average. Denn sobald Sie das Training gebucht haben, werden Sie schrittweise begleitet, wie man Links bekommt auf Zoom oder auf GetCourse im Kundenkonto oder über E-Mail. Auf diesem Wege erhalten Sie sämtliche Informationen. Also vergewissern Sie sich, dass die E-Mail, die im Kundenkonto angegeben ist, auch noch aktuell bleibt. Wie gefällt Ihnen diese Information? Schreiben Sie ein paar Pluszeichen, wenn Sie genauso aufgeregt sind wie ich. Die bekommen notwendige Kenntnisse, um Profis im LCI Business zu werden. Wir wollen unbedingt, dass Sie im LCI Profis werden. Sie werden ganz schnell Ihre Umsätze steigern und folglich auch Ihre Einnahmen. Sie werden Ihre Kenntnisse an die Partner weitervermitteln können. Sie werden selbst Mentor und Trainer. Und Sie bekommen noch Zugang zu den freien, vakanten Stellen im Rahmen unserer Gemeinschaft. Sind Sie bereit, das Geschäftssystem bei Ihnen einzuführen, um bedienungslos zum Leader bei uns zu werden? Also Start am 27.07.2021, 15 Uhr Moskauer Zeit. Wir führen unsere erste Session durch. Wo können Sie dieses Training finden? Sie gehen hinein in das Kundenkonto Everage. Sie klicken auf Trainings. Auf der rechten Seite haben Sie die Trainings von Everage, von MLCI Pro und eine Million Dollar Partner oder Training. Es ist alles zu finden. Es ist alles zugänglich. Sie müssen nicht weit suchen. Alles ist in Ihrem Kundenkonto nur ein Mausklick von Ihnen entfernt. Ich darf Sie daran erinnern, dass wir vor längerer Zeit Bildungspakete Everage präsentiert haben. Vier Ebenen mit solchen Themen wie Selbstentfaltung, Leadership, Entwicklung und Wachstum des Business. Insgesamt vier Themen für vier Ebenen mit verschiedenen Preisen. 500, 1.500 und 3.000 Units, das sind unterschiedliche Preise und ich glaube, das teuerste Paket umfasst alle vorherigen. Und diese Pakete eignen sich ganz ideell für die Menschen, die nicht erwarten wollen, bis die Firma irgendwelche Trainings durchführt am speziellen Datum. Das ist für Menschen, die jetzt sofort gerne beginnen würden. Also man will nicht auf den Start einer Gruppe warten und so ist das natürlich auch möglich. Schauen Sie in Ihr Kundenkonto hinein und Sie suchen, Sie sehen im ersten Lesezeichen und im ersten Link, Sie sehen die gesamten Themen. Und die Preise sind, wie gesagt, 200, 500, 1.200 und 1.500. Was sind die wichtigsten Zutaten für einen massiven Geschäftserfolg? Das sind Kunden und Leader. Wir haben, glaube ich, alles. Wir haben Partner, die bereits tolle Leader sind und die auch andere Partner in Leader umwandeln können. Und diese Leader bringen in die Firma eine ungeheure Zahl von Kunden, die wiederum zu Leader werden, die unsere Firma beim Aufstieg weiter unterstützen. Denn entweder haben Sie eine Situation A oder eine Situation B. Die Situation A liegt vor, wenn Sie keine Leader haben, wo Sie keine neuen Kunden haben, wo Sie keine Umsätze haben, wo Sie weniger Ertrag haben vom Business, wo Sie ein kleineres Portfolio haben und weniger Auszahlungen von Provisionen an die Partner. Und wir wollen in die B-Situation, wo wir ein gutes Produkt haben, wo wir gute Leader haben, die diese Produkte ausarbeiten, die diese Produkte promotieren, die andere Partner zu Leader verwandeln. Und wir erreichen somit mehr Registrierungen, mehr Kunden, mehr Umsätze, mehr Ertrag vom Business, größere Portfolios und bessere Provisionen für alle Partner, auch für Sie. Um in das Rad des geschäftlichen Lebens zu kommen, in die Situation B, müssen Sie verstehen, was Ihnen jetzt fehlt, damit Sie sich besser und schneller entwickeln können, damit Ihr Geschäft stärker wächst. Es gibt Millionen und Milliarden von Menschen, die auf uns warten, die von uns über die Möglichkeiten erfahren wollen. Sie wollen darüber erfahren, Sie wollen dieses Geschenk bekommen, genauso wie Sie ein Geschenk bekommen. Denken Sie daran, wie das Ihr Leben verändert hat. Jetzt ist es die Zeit, dass Sie dieses Geschenk an die weiteren Menschen übergeben. Wenn Sie nicht wissen, womit man beginnt, wenn Sie erst neu beim Business sind, haben wir für Sie Trainings. Wir haben Trainings für Ihre Partner. Teilen Sie diese Informationen einfach mit denen mit. Lenken Sie diese bitte in die Richtung. Denn es gibt bestimmte Provisionsauszahlungen, Provisionszahlungen, Einnahmen von den Projekten. Es kommt alles im Wesentlichen darauf an, wie aktiv die Partner arbeiten, wie gut sie sind. Die aktiven Partner haben sieben Einkommensquellen im Verhältnis zu drei bei passiven Partnern. Da sind zusätzliche Netzwerkprovisionen, Treueboni, projektbezogene Einnahmen. Wenn Sie sich so weit entwickelt haben, können Sie Einnahmen in Anspruch nehmen von den Projekten, abgesehen von Provisionszahlungen. Vielleicht haben Sie sich zu irgendwelchen Projekten angeschlossen, wo Sie zusätzliche Boni bekommen als aktiver Partner. Der Erhalt dieses wunderbaren Einkommens ist möglich. Dafür müssen Sie aber gut informierte, gut ausgebildete Menschen sein, dass andere Menschen von Ihnen lernen, dass Sie als Mentor auftreten für alle anderen Menschen. Dafür müssen Sie selber aufsteigen. Sie müssen höhere Ebenen erreichen. Diejenigen, die aktive Partner sind, Ambassador, Mitglieder, lokaler Führungsräte. Sie entwickeln sich alle ständig. Sie haben schon früher Kurse Meisterprofi gemacht, vielleicht sogar mehrfach. Ich persönlich habe diesen Kurs dreimal belegt und durchgemacht. Fragen Sie sich, wie viele Trainings und Kurse Sie bisher belegt haben. Und wer von Ihnen hat die Info, die Sie noch im Auge behalten? Die Informationen, die Sie tatsächlich in der Praxis anwenden, um sich zu entwickeln, um Ihre Leader und Partner zu entwickeln. Es gibt Notwendigkeiten, wo man etwas wiederholt. Mir gefällt ein Zitat aus Napoleon Hill. Wissen ist nur potenzielle Macht. Es wird tatsächlich Macht, wenn und falls es ein bestimmter Aktionspläne organisiert und auf ein bestimmtes Ziel gerichtet ist. Denken Sie darüber nach. Die Kenntnisse bieten nur eine Möglichkeit. Das ist nur eine mögliche Stärke. Man muss sich überlegen, wie diese Kenntnisse von Ihnen benutzt werden können, um die Chancen Ihrer und Ihrer Leader auszubauen. Das wäre es von meiner Seite. Und jetzt möchte ich das Wort Tatjana Turkova übergeben, die Sie über die Akademie für Privatinvestoren informiert, über die Produkte und Trainings der Akademie. Tatjana, sind Sie mit uns? Tatjana ist eine total super Coach und Mentorin im finanziellen Bereich. Sie arbeitet zusammen mit Tatjana Schukawa, die Trainings für Genie der Finanzen durchführt und für uns andere interessante Kurse vorbereitet. Tatjana, Sie haben das Wort. Liebe Freunde, vielen Dank, Annette. Liebe Freunde, ich möchte im Chat eine Bestätigung bekommen, wie gut ich zu hören bin. Schreiben Sie bitte ein paar Pluszeichen, wenn Sie mich hören. Ah, gut, ich werde gehört. Annette hat mich schon ganz wunderbar vorgestellt, wer mich noch nicht kennt. Ich bin zertifizierte Moderatorin des Spiels Genie der Finanzen seit 2017. Ich arbeite zusammen mit der Akademie, bin Privatinvestorin und Unternehmerin. Ich möchte Ihnen die Produkte der Akademie vorstellen. Aber zunächst möchte ich etwas über die Akademie an sich sagen. Wie Sie sehen, wurde diese im September 2011 etabliert. Heutzutage kann die Akademie auf zehn Jahre Geschichte zurückblicken. Rund eineinhalb Millionen Teilnehmer aus vielen Ländern der Welt haben die Kurse in Anspruch genommen. Die Akademie erfreut sich großer Beliebtheit weltweit. Denn die Mission der Akademie besteht darin, dass die Finanzkompetenzen den Menschen zur Verfügung gestellt werden. Die Finanzkompetenzen geben finanzielle Freiheit, sorgen für ein gutes, wollendes Leben. Der Begründer der Akademie ist André Khabratow. Und in seinem Interview hat André seinerzeit gesagt, es ist wichtig für ihn, dass die Menschen verstehen, immer bei Geld zu sein und einem hohen Standard zu sein, durchaus normal ist und für jeden erschwinglich. André spricht nicht nur darüber, er teilt die Kenntnisse, die ihm vorliegen mit anderen Menschen. Die Menschen, die André gut kennen, das ist für sie ganz selbstverständlich. Aber es gibt immer Neulinge bei unseren Veranstaltungen. Ich werde für Sie nicht alle Regalien Andrés aufzählen. Sie können im Internet darüber nachlesen. Wichtig ist, dass dieser Mensch ein Praktiker ist mit vielen, vielen gesammelten Erfahrungen in vielen Jahren. Und diese praktischen Erfahrungen teilt er gerne mit uns. Und dank seinen Erfahrungen können wir viel schneller finanztechnisch gut situiert sein. Coach und Business Trainer für persönliche Finanz- und Investitionsentwicklung des Jahres 2018. Generaldirektor des Unternehmens Crypto Unit, Autogründer und CEO der Akademie für private Investoren. Warum erfreuen sich die Kurse der Akademie so einer großen Beliebtheit? Weil die Lehrer tatsächlich Profis sind. Das sind Menschen mit großen praktischen Erfahrungen. André sammelt um sich herum immer praktische Menschen. Menschen mit praktischem Bezug, die bereit sind, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen. Diese Kurse bleiben immer aktuell. Ihnen wird ein sehr bequemer Stundenplan angeboten. Die erworbenen Kurse können Sie weltweit konsumieren zu x-beliebigen Zeitpunkten. Und der dritte Punkt, der auch sehr wichtig ist. Diese Kenntnisse, die Sie theoretisch erwerben, können Sie sofort in die Praxis umsetzen. Und zwar schon in der Ausbildungsphase. Ich kenne sonst keine ähnlichen Bildungseinrichtungen, die sowas ermöglichen würden. Also es ist eine seltene Sache, dass Sie gleich Ihre Einnahmen erhöhen können, indem Sie noch lernen. Unsere Ausbildung erfolgt auf der Bildungsplattform GetCourse. Darüber hat einer schon gesprochen. Es ist eine sehr bequeme Plattform. Welche Vorteile bietet sie? Alle Menschen sind unterschiedlich. Manche nehmen Informationen besser visuell auf. Manche hören besser. Und auf dieser Plattform können Sie alles unterbringen. Verschiedene Tabellen, Schema, die Sie immer abrufen können. Ton und Bild. Jeder Unterricht wird mit Aufgaben belegt. Und diese Aufgaben, das ist auch sehr wichtig, können Sie sehr viele Male wiederholen, bis Sie das Ergebnis erreichen, das Sie sich wünschen. Und der Kurs endet mit einem Test. Diesen Test können Sie auch eine x-beliebige Anzahl von Malen durchgehen. Sie können Informationen aufnehmen. Und wenn Sie schon auf der Ebene sind, wo Sie sich sicher fühlen, unterziehen Sie sich dem Test mit Erfolg. Ich möchte jetzt Ihre Aufmerksamkeit auf einen technischen Moment zuspitzen. Wenn Sie den Kurs erwerben, den Zugang zu der Plattform bekommen Sie per E-Mail. Und das ist die E-Mail, die in Ihrem Kundenkonto angegeben ist. Deshalb bitte ich Sie, zu prüfen, dass die E-Mail im Kundenkonto aktuell ist. Denn manchmal bekommen wir solche Problemchen. Also jemand schreibt, der Kurs wäre bezahlt, aber der Zugang ist nicht da. Die E-Mail ist falsch angegeben worden bei denen. Also bitte achten Sie darauf. Und jetzt möchte ich gerne über die Produkte und die Kurse berichten, die wir in der Akademie haben. Das erste Produkt sind natürlich Kurse, die unmittelbar verbunden sind mit unserem einmaligen Business Simulator, Genie der Finanzen. Der erste Kurs heißt qualifizierter Moderator, Premium. Das Trainierspiel, der Simulator ist ja allen hier Anwesenden bekannt. Wenn Sie das noch nicht wissen, werden Sie davon einfach gehört haben. Oder Sie können Ihren Einlader danach fragen. Das ist ein unikates Spiel. Wir wissen, es ist immer sehr einfach, spielerisch zu lernen. Und bei diesem Spiel besteht die Möglichkeit noch, der Moderator zu werden, um Spieler zu sammeln, um Teams zu sammeln, um alle Informationen zugänglich zu machen, die mit Finanzen und Investitionen verbunden sind. Dieser Kurs führt, wie ich früher sagte, zu folgendem. Alle Dozenten bei uns sind Praktiker. Tatjana Zhuravlova ist Moderatorin und Begleiterin dieses Kurses seit 2017, als die erste Version des Spiels ins Leben gerufen wurde. Tatjana ist Investorin, Praktikerin. Sie ist eine sehr erfahrene Spezialistin und ihre Kenntnisse und Fertigkeiten bringen Sie Ihnen bei während dieses Kurses. Nach Abschluss des Kurses können Sie alle spezifischen Termine erlernen, wie man Verhandlungen führt, wie man Berechnungen macht, wie man Informationen den Menschen zukommen lässt, die bei Ihnen zur Ausbildung da sind. Es gibt hier Aufgaben, die Sie erfüllen müssen, Tests und so weiter und so fort. Hier kann man Fragen stellen, die wir immer beantworten. Also Sie werden sich mit allen Feinheiten dieses Spieltrainings auseinandersetzen können. Wenn Sie das Zertifikat erhalten, bekommen Sie eine Art Autotrichter vom Unternehmen. Das Unternehmen bereitet den Landing vor, Sie werden Werbung bekommen in den Social Media. Also das Unternehmen macht ganz viele Bemühungen zu Ihrer Promotion. Sie müssen sich lediglich auseinandersetzen mit dem Thema. Sie müssen lernen und Sie müssen verstehen, wofür das wichtig ist. Sie müssen ein Ziel haben, zu welchem Sie kommen möchten. Sie bekommen ein Zertifikat, Sie werden Moderator des Trainings sein. Das bedeutet für Sie eine zusätzliche Einkommensquelle. Sie machen Trainings für einen gewissen kleinen Obolus. Und das ist gut, je mehr Einkommensquellen wir haben, desto besser. Nicht weniger wichtig oder vielleicht noch mehr wichtig ist es, dass mit jedem neuen Training Sie Menschen bekommen. Das sind potenzielle Bekannte, Freunde, Partner, die ihre Partner im Team sein werden. Mit diesen Menschen werden sie weiter zum Ziel marschieren. Es ist viel einfacher, die Informationen den Menschen zugänglich zu machen, in spielerische Form, als wenn man das mit einer Präsentation macht. Also ich aus persönlicher Erfahrung kann das nur bestätigen. Die Menschen fragen selbst nach Investitionen, nach Möglichkeiten, nach Chancen. Und so kann man sie besser verstehen und lernen. Hier gibt es zwei Kurse. Der eine Kurs kostet 1025 Units und der zweite 650 Units. Möglicherweise haben Sie schon das Spiel, Sie oder Ihre Freunde. Dann können Sie den Kurs erwerben ohne die Schachtel, aber die kompletten Inhalte. Tests, Aufgaben, Trainingszertifikat und persönliche Promotion. Sie erhalten das zu einem ermäßigten Preis. Wenn Sie sich nicht in der Rolle des Moderators sehen, dann können Sie natürlich was anderes machen. Sie wissen, dass dieses Spiel eine sehr nützliche Sache ist. Man kann damit mit Freunden, mit Bekannten spielen und so weit und so fort. Es ist immer interessant, dass man sich nicht einzeln, einzig und allein entwickelt. Wir möchten, dass unsere Freunde immer mit uns gemeinsam sind, dass wir gleiche Träume, Ziele, Pläne haben. Denn zusammen ist es immer einfacher und schöner, wenn man sich nach vorne bewegt. Es ist immer besser, wenn man gemeinsam etwas in Angriff nimmt. Sie werden reicher, aber auch Ihre Freunde sorgen für den Wohlstand. Und dafür können Sie einfach dieses Training erwerben. Einfach für Ihre Nutzung, persönliche Nutzung, für die Nutzung durch Ihre Freunde und Bekannte. Im Rahmen dieses Pakets erhalten Sie nicht nur den Karton, sondern Sie erhalten noch zehn Themen zu Finanzen und Investitionen. Allein schon diese zehn Themen kosten das Geld, der Sie jetzt den Betrag, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Und Sie erhalten dazu noch das Spiel, den Simulator, den Sie ganz wunderbar benutzen können, um mit den Freunden zu spielen. Ja, ich möchte noch sagen, wir haben darüber hinaus noch die Möglichkeit, Teilnehmer des VIP-Clubs zu werden. Ich möchte, dass Sie darauf Ihre Aufmerksamkeit lenken. Denn die Teilnehmer des VIP-Clubs haben in der Akademie für Privatnestoren immer Vorteile, immer Vorrechte. Also, Sie können das eine und dasselbe zum besseren Preis erwerben. Oder es gibt Kurse, die nur für Teilnehmer des VIP-Clubs gewidmet sind. Und etwas später werde ich über so einen Klub sprechen. Also, achten Sie darauf, wie unterschiedlich die Werte sind und wie viel Sie sparen können, indem Sie Teilnehmer des VIP-Clubs werden. Wir hätten hier noch ein Sonderangebot. Dieses Sonderangebot richtet sich an diejenigen, die bereits schon Moderatoren des Spiels Genie der Finanzen sind. Für diejenigen, die hier das erste Mal sind, verliere ich ein paar Worte. Das Spieltraining Genie der Finanzen wird jetzt in der neuen Ausführung, in der neuen Version angeboten. Wir haben auch für die erste Version Ausbildung gemacht. 2019 wurde ich ausgebildet und wurde zu Moderatorin. Und nachdem die neue Version eingeführt worden war, haben wir den vorhandenen Moderatoren die Chance angeboten, ihre Kenntnisse aufzufrischen. Sie wissen, die Wirtschaft entwickelt sich, die Finanzen entwickeln sich. Und die neue Version des Spiels ist angepasst an die modernen Realitäten. Wenn Sie Trainings machen, ist es natürlich wichtig, dass Sie dort aktuelle Informationen benutzen. Nur für 125 Units können Sie diese Aktualisierung bekommen, mithilfe welcher Sie Ihre Kenntnisse an die modernen Anforderungen anpassen können. Ich möchte ganz gerne alle Moderatoren auffordern, ihren Stand aufzubessern. Es ist eine einzigartige Chance, zu diesem Preis dieses Training zu erwerben. Jetzt geht es weiter. Wir haben noch Kurse und Angebote. Erst vor kurzem haben wir den Kurs gestartet, persönliche Finanzen und Grundlagen privater Investitionen. Das ist auch ein erfrischter Kurs, er ist ziemlich umfangreich, besteht aus 52 Unterrichtseinheiten. Alles basiert auf GetKurs. Es gibt Videos, es gibt Texte, es gibt Aufgaben, Tests. Und dieser Kurs eignet sich absolut für alle. Wenn Sie vollkommen neu sind, wenn Sie Informationen erhalten und glauben, es sieht nicht schlecht aus, man würde gerne beginnen, man würde gerne investieren, man weiß aber noch nicht womit. Dieser Kurs ist ideal für Sie geschnitten, massgeschneidert. Angefangen von der Verwaltung der Finanzen, über die Schaffung von neuen Einkommensquellen, über die Aufbewahrung der Mittel und deren Vermehrung. Alle müssen daran denken, dass die erste Regel des Investors darin besteht, erst mal die Mittel aufzubewahren und dann sie zu vermehren. Bei diesem Kurs lernen Sie alle Segmente des Marktes kennen. Da sind über 20. Sie werden Investitionsinstrumente unterscheiden, die es ganz viele gibt auf dem Markt. Sie werden es lernen, diese zu analysieren. Was will ich noch Wichtiges sagen? Was vielleicht noch wichtiger ist, bei Ihnen wird das Investitionsdenken gefördert. Warum erreichen manche Menschen vieles nicht? Warum funktioniert bei vielen dies und jenes nicht? Nicht einmal, weil Sie nicht verstehen und wissen, wie das funktioniert. Sie haben Angst, Sie wissen nicht, wie die Investitionsprozesse vonstatten gehen. Sie haben ein bisschen Angst und Sie wissen nicht, was und wie das funktioniert. Hier werden Sie sich mit allen auseinandersetzen und Sie werden verstehen, es ist einfach, es ist leicht, es ist für jedermann zugänglich und das ist sogar hochinteressant. Wenn Ihre Einnahmen steigen werden, werden Sie selbst verstehen, dass es eben die Kenntnisse sind, die Sie zu Ihren Wünschen und Zielen bringen. Hier ist der Preis des Kurses ausgewiesen. In der hitzigen Sommerzeit bis zum Herbst werden wir auch spezielle Angebote machen. Sie können ganze 1.000 Units sparen. Es gibt einen guten Ausdruck, gespart heißt verdient. Stellen Sie sich vor, diese 1.000 Units können Sie für etwas anderes ausgeben. Sie können eine Investition damit machen, um das Kapital zu etablieren oder zu vergrößern. Und ich sage zum wiederholten Male, es gibt immer, wie auch bei anderen Kursen, spezielle Bedienungen für die Mitglieder des VIP-Clubs. Wenn Sie Ihren Wohlstand steigern wollen, wenn Sie finanztechnisch unabhängig werden wollen, empfehle ich Ihnen, Mitglied des VIP-Clubs zu werden. Denn auch gegebenenfalls sehen Sie, Sie sparen viel, viel mehr Mittel. Ich möchte des Weiteren sagen, dass dieser umfangreiche Kurs in drei Segmente, in drei Module bei uns gegliedert ist. Das ist ein Modul für Anfänger, dann eine mittlere Ebene und dann eine Stufe für Fortgeschrittene. Sie müssen alles nicht auf einmal kaufen. Sie können sich stufenweise ausbilden lassen. Angenommen, Sie sind kein Neuling mehr. Sie haben schon bestimmte Kenntnisse, Erfahrungen, Fertigkeiten. Sie verstehen aber, dass Sie etwas noch gründlicher erlernen wollen. Dann müssen Sie zum Beispiel nicht alle drei Module erwerben. Sie können ein Modul auswählen, das Ihrem Interesse entspricht. Sie besuchen Ihr Kundenkonto. Wenn Sie noch keines haben, sollten Sie es registrieren. Und im Kundenkonto lesen Sie über alle Themen nach, die zu diesem Modul gehören. Und Sie können für sich die Module aussuchen, die auf Ihr Interesse stoßen. Die Zertifikate werden für Module ausgestellt, nicht für den ganzen Kurs. Um ein Zertifikat zu erlangen, müssen Sie nicht den vollen Kurs belegen. Wenn Sie der Meinung sind, also der Startkurs ist für Sie nicht mehr interessant und Sie möchten den mittleren machen, dann tun Sie es gerne. Oder den obersten, die Oberstufe. Und für jede Stufe gibt es Zertifikate. Sie sehen hier durchschnittene, durchstrichene Preise. Es gibt Rabatte und ich empfehle Ihnen sehr, davon Gebrauch zu machen. 30 und für VIP-Club Mitglieder 40 Prozent Preisnachweis. Wenn Sie zum Beispiel den dritten oberen Teil kaufen wollen, so sparen Sie mit Preisnachlass von 30 Prozent ganze 600 Units. Und mit dem Nachlass von VIP-Club sparen Sie 800 Units. Liebe Freunde, wir sind in der Welt der Finanzen und Investitionen unterwegs. Ich möchte Sie auffordern, immer zu zählen, immer Ihren Vorteil zu sehen. Machen Sie immer von den Möglichkeiten Gebrauch, die hier und jetzt bestehen. Denn die Möglichkeiten verschwinden und Ihre Vorteile verschwinden auch. Also eine nächste Folie bitte. Und jetzt möchte ich Ihnen noch einen Kurs vorstellen, der für Mitglieder des VIP-Clubs einzig und alleine erreichbar ist. Also ich habe Ihnen schon gesagt, dass es bestimmte Kurse gibt, die sich nur für Mitglieder des VIP-Clubs eignen. Einer hat heute viel von Leadership, von Zielen gesprochen. Ich möchte sagen, es ist kaum möglich, ein Leader zu werden, ohne Rednerkunst zu beherrschen. Was bedeutet Rednerkunst? Das ist die Möglichkeit, gut mit Menschen zu reden. Egal, ob Sie mit einem Menschen sprechen oder vor einem Publikum groß oder klein, wenn Sie auf der Bühne stehen vor 1000 Menschen. Diese Künste sind wichtig, um Ihre Informationen zu übermitteln, um den Kontakt zum Publikum zu halten, um die Struktur Ihres Statements aufzubauen, um zu verstehen, welche emotionalen Herangehensweisen benutzt werden müssen, damit sie gehört werden. Und Sie müssen diese Künste einsetzen, damit Sie Menschen gewinnen können auf Ihrer Seite, damit die Menschen ihre Gleichgesinnten werden. Liebe Freunde, Sie wollen das Ziel erreichen, Sie wollen Leader werden. Achten Sie auf diesen Kurs. Dieser Kurs wird Ihnen sehr stark helfen. Also ich denke, er wird Ihre Effizienz um 90 Prozent steigern, die Effizienz Ihrer Kontakte mit Menschen. Es gibt hier zwei Arten von Kursen. Es gibt den Grundkurs und den erweiterten Kurs. Beim Grundkurs bekommen Sie Aufnahmen der entsprechenden Unterrichtseinheiten. Sie können am beliebigen Zeit und Ort diese durchnehmen, so viel und so oft, wie Sie wollen. Beim erweiterten Kurs, es gibt eine begrenzte Partie von diesem Kurs, denn es gibt noch einen Bonus, eine Bonussession von Igor Niesewibatke. Ich habe übrigens vergessen zu sagen, dass dieser Kurs der Erfindung von Igor Niesewibatke ist. Über diesen Menschen können Sie ebenfalls viel im Internet nachlesen. Das ist ein erstklassiger Profi. Denn der erweiterte Kurs setzt voraus, dass Sie mit Igor persönlich arbeiten werden. Sie werden in Gruppen arbeiten. Er wird Ihre Fragen beantworten. Es wird viele praktische Sessionen geben. Und Sie erhalten dabei noch das Zertifikat der Teilnahme als Bestätigung dessen, dass Sie tatsächlich dieser Rednerkurs beherrscht haben. Also, liebe Freunde, ich habe Ihnen über sämtliche Kurse erzählt, die wir in der Akademie schon laufen haben. In nächster Zeit werden neue Kurse gestartet. Darüber werden wir aber später reden. Verfolgen Sie bitte unsere Nachrichten. Und jetzt möchte ich das Wort Annette übergeben. Sie wird ein paar wichtige Nachrichten für heute artikulieren. Und wie ich immer sage, lernen Sie, die Möglichkeiten zu erkennen. Und nutzen Sie die Möglichkeiten, solange Sie da sind. Annette, bist du mit uns? Kannst du dich einbilden? Ja, herzliche Grüße wieder an alle. Ich bin wieder hier. Unglaublich tolle Informationen, die Sie soeben uns artikuliert haben. Meine Damen und Herren, sind Sie mit mir einverstanden? Wenn ja, dann schreiben Sie ein paar Pluszeichen. Ich glaube, ganz gute Informationen und für alle verständlich, egal ob Sie neu sind oder lange Zeit bei dem Business. Wir haben Instrumente, wir haben Trainingsprodukte und das ist für alle erreichbar. Und denken Sie noch, am Anfang habe ich Sie gefragt, welches Ziel Sie für dieses Jahr haben. Vielleicht haben Sie ein persönliches Ziel, vielleicht haben Sie ein familiäres Ziel, ein finanzielles. Wissen Sie noch, ich habe diese Fragen an Sie gestellt und wenn Sie zum Beispiel noch nicht verstehen, warum Sie nicht nach vorne gehen, warum Sie von Ihrem Ziel noch so weit sind, setzen Sie sich und überlegen Sie sich, welche Informationen und Kenntnisse Ihnen vielleicht noch ein bisschen fehlen, was Sie noch machen können zur Vervollkommnung Ihrer Fertigkeiten, wie können Sie Ihr Ergebnis noch besser gestalten, was Ihnen im Leben direkt jetzt fehlt. Ich habe gesagt, ich habe erst neulich das Spiel Genie der Finanzen gekauft. Vor zwei Jahren war das für mich noch nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt weiß ich aber, dass ich das brauche. Ich brauche das, um meine Fertigkeiten zu verbessern. Ich hatte zwei Schachteln sogar, aber ich wusste nicht, wie ich da vorgehe als Moderator, als Organisator des Spiels. Und ich verstehe, dass ich jetzt mehr Kenntnisse und mehr Infos brauche. Ich muss bei den Westen lernen. Entweder unsere Experten und Leader von Everidge. Aber wir haben tatsächlich das, was Sie brauchen. Sie müssen Hauptsache lernen. Sie müssen treu sein mit der Idee der Selbstentwicklung. Die Selbstentwicklung jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. Wir haben einen ausgezeichneten Vorschlag für Sie, ein ausgezeichnetes Angebot, das Sie vielleicht noch nicht gesehen haben oder vielleicht auch doch. Vielleicht haben Sie Fragen. Ich möchte Ihnen aber zwei tolle Angebote unterbreiten. Sie wurden vor ein paar Tagen schon gestartet. Wir haben eine wunderbare Promotion, die nennt sich Synergie des Erfolgs. Synergie des Erfolgs wie 4 in 1 mit einem gemeinsamen Rabatt bis zu 48 Prozent. Und bei dieser Promotion sind enthalten Kurse für angehende Investoren von der Akademie für Privatinvestoren, Spielgenie der Finanzen, Training, Entwicklung ihres Geschäfts bei MLCI. Und super Rabatt auf Investition, auf Investition, auf Investition, Investition, Token World Crew, Security Token. Das Angebot finden Sie im Kundenkode Everidge. Sie klicken auf Trainings, sehen dort Synergie des Erfolgs und dann die Angebote. Synergie des Erfolgs Standard. Dieses Paket beinhaltet das Lerntraining Genie der Finanzen Tisch Version, die kostet 525 Units. Hierzu gehört das Training Partner für eine Million Start bei MLCI Business, der volle Preis beträgt 250 Units. Dann haben wir noch 20 Prozent Rabatt aufgenommen auf das Paket von Investitionsstock in World Crew, von der Investitionsgruppe UGP, der reguläre Preis wäre 500 Units. Das wird separat bezahlt. Ich komme noch darauf zurück. Dann haben wir Grundkurse für Anfänger, für angehende Investoren von der Akademie für Privatinvestoren. Das bekommen Sie nämlich von uns geschenkt. Dort werden verschiedene Themen behandelt. Das ist das wichtigste Thema, das alle wissen müssen, wenn sie wollen, in der Finanzwelt, in der Welt der Investitionen zu leben. Das zusammengenommen kostet, würde normal kosten, 1275 Units. Ja, wie soll ich das am besten erklären, damit das verständlich ist? Also der Preis dieser Pakete, wenn man sie einfach zusammenrechnen würde, wäre, also wenn sie einzeln jedes Produkt bezahlen würden, der Preis läge bei 1275 Units. Der volle Preis des Pakets wäre 775 Units. Wenn Sie aber jetzt zahlen, zahlen Sie nur 260. Ich weiß nicht, wie lange dieser Preis gültig ist, bis Ende Juli vielleicht. Aber warten Sie nicht bis auf den letzten Drucker. Überlegen Sie sich dieses Angebot. Sie können für 260 Units sowas kaufen. Und da haben Sie nämlich alle Produkte, die Sie benötigen. Alles wird im Paket enthalten sein. Aber Sie müssten einzelne Token bezahlen, Token von der UGP Group. Wenn Sie zum Beispiel 500 Units einmal investieren wollen, 1.000 Token kaufen, da müssen Sie 20 Prozent weniger für bezahlen. Es wird dort einen speziellen Link geben zum Konto UGP Group. Und Sie können den Kauf machen. 500 Units mit einem Rabatt von 20 Prozent. Also Sie würden zusätzlich noch 20 Prozent Rabatt enthalten. Also Sie müssten dann nur 400 investieren. Jetzt gehen wir über zu dem nächsten Thema. Was ist in diesem Paket enthalten, in diesem Premium-Paket? Das ist das Spiel-Training Genie der Finanzen plus Unterricht mit einem qualifizierten Moderator. Sie werden auch selber Moderator. Wir werden Training MLCI Pro plus Bonus. Million schwerer Partner. Der Gesamtpreis dieses Pakets beträgt 250.000 Units. Dann haben wir 26 Prozent Rabatt kalkuliert für Investitions-Token World Crew. 6.000 Token für 3.000. Das wäre der komplette Preis. Aber 26 Prozent Rabatt gelten dafür. Und Grundkurs für angehende Investoren von der Akademie. Und wiederum, es geht hier um grundlegende Kenntnisse, die wichtig sind für den Start ihres Weges in der Welt der Finanzinvestitionen. Der Gesamtpreis dieses Angebots lege bei 6.525 Units. Synergie des Erfolgs würde kosten 3.525. Aber wenn Sie von dem Angebot jetzt Gebrauch machen, erwerben Sie das für 1.300. Aber die Investitions-Token müssen extra bezahlt werden. Also 2.200 Units für das Paket 6.600 World Crew. Nur Sie können diesen Kauf tätigen. Sie können 6.000 World Crew erwerben mit einem etwa 26-prozentigen, fast 27-prozentigen Rabatt. Der Preis dieses Angebots liegt bei 3.525 Units wäre so hoch. Ich glaube, das ist ein total cooles Angebot. Sagen Sie mir, wie viel Sie sparen würden, wenn Sie dieses Paket annehmen. Sie sparen nämlich 46 Prozent über 3.000 Units. Ich glaube, das ist total gut für Sie, für Ihre Partner, für die neuen Leader, die sich uns soeben angeschlossen haben. Vier in einem erhalten Sie. Eine bessere Promotion habe ich in der Firma noch nicht gesehen. Und denken Sie daran, denken Sie, dass der Preis des Pakets immer steigen wird mit der Zeit. Also machen Sie unbedingt Gebrauch von dieser Möglichkeit. Sprechen Sie darüber mit Ihren Leadern, Partnern bei Treffen, Präsentationen und so weiter. Das sind unglaubliche Möglichkeiten, die es noch früher nicht gegeben hat. Gut. Und dann gehen wir über zu der letzten Folie. Und ich glaube, das ist einer der Lieblingssätze von mir. Egal wie viel Erfahrung Sie haben, es gibt immer etwas Neues, das Sie lernen können. Und Raum zur Verbesserung. Das hat Roy Bennett gesagt. Ob Sie mit mir einverstanden sind oder mit ihm, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es gibt immer Raum für Verbesserungen. Es gibt immer etwas, was wir verpassen können beim Webinar, bei der Konferenz oder selbst, wenn wir ein Buch lesen. Deshalb lese ich immer ein Buch drei, vier, fünf Mal. Und ich lerne immer etwas Neues dazu. Und ich frage mich, wieso denn habe ich das beim ersten Mal verpasst? Das gibt es. Das kommt vor. Damals konnte ich die Information vielleicht nicht so wahrnehmen. Wenn Sie etwas haben, was Sie verbessern wollen, wenn Sie etwas haben, was Sie Ihre Lieder und Partner schenken wollen, dann tun Sie das. Meine Damen und Herren, das wäre es. Ich hoffe, die Session hat Ihnen gut gefallen. Wir werden neue Produkte in einer Woche Ihnen vorstellen dürfen. Und wir machen Webinare zu unseren Produkten. Und zwar sehr häufig, damit alle unsere Partner darüber informiert sind, was wir als Unternehmen anbieten, was wir im Kundenkonto haben und was wir unseren Partnern anbieten können. Wenn Sie Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit mir in Verbindung oder mit Tatjana und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten. Vielen Dank Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auf Wiedersehen.